Hi Leute, willkommen zu FileFullNews. Eigentlich wollte ich heute ein längeres Video machen über Hardcore Instanzen, aber irgendwie wollen mich die Server zur Zeit nicht so richtig reinlassen. Drum, FileFullNews. Eine Info, die auf der englischen Seite schon gut zu sehen ist, auf der deutschen leider noch gar nicht. Deshalb, Link dazu in der Videobeschreibung. Und zwar geht es um dieses Paket. Sieht schon mal ganz nett aus. Und es ist es auch. Es ist nicht nur ganz nett, es ist auch saugeil. Sorry. Musste ich einfach mal so sagen. 100 Red Beans, Omnidenm, Fahrzeugflotten-Drops, die sind ganz lustig. Titel und Warpaint. Normalerweise würde das Paket 46,99 kosten, aktuell 27,99. Was ein fairer Preis ist, denn dieses Paket beinhaltet auch dieses Pad. Es sieht nicht nur ganz cool aus, fliegt in der Gegend rum, macht sonst lustiges Zeug. Nein, das ist auch endlich mal ein nützliches Pad. Denn pro Minute gibt es dem Besitzer einen Buff. Gesundheitsregenerationsboost oder Schadensboost. Und dieser Buff hält für 30 Sekunden an. Also endlich mal ein richtig nützliches Pad. Das nebenbei auch noch echt geil aussieht. Von daher werde ich auf jeden Fall ein Video über dieses Paket machen. Und eben genau die Drohne zeigen, den Warpaint zeigen und das Zeug. Über die Omnidenm-Fahrzeugflotte werde ich auch nochmal ein eigenes Video machen. Und was ich hoffe oder hoffentlich machen kann ist, wenn ich dieses Paket vorstelle, dass ich dann ein paar von diesen Paketen als Giveaway raushauen kann. Das ist jetzt noch kein Versprechen. Es ist etwas, was ich hoffe, dass ich dann machen kann. Aber da brauche ich noch die Antwort und Zustimmung von Red5 natürlich. Von daher, Video über das Paket gibt es auf jeden Fall. Vielleicht mit Giveaway. Haltet die Augen offen, Leute. Und wir sehen uns die Tage. Ciao. 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 Ciao.